So, jetzt befinde ich mich an der Kieler Straße und hier wird auch gebaut. Ist eben so. Ich muss mal kurz auf den Verkehr achten hier. Ach Mensch, ich habe Pech, die anderen haben jetzt. Und ich muss warten. Manchmal laufe ich immer, damit ich die Grünphase noch kriege. Und manchmal habe ich dann keine Lust. Ich zeige euch mal die andere Baustelle und dann bin ich auch erst mal fertig mit Baustellen, glaube ich. Was brauche ich noch? Ich bin gerade beim Einkaufszenten. Ja, jetzt sage ich auch das jetzt mal. Auf diese Seite. Ja. Ich sage es auch dass hin jetzt mal. Das hieß mal, laut einigen Anwohnern hier, dass Aldi auch umziehen soll da rein, ob das stimmt, das weiß ich nicht, weil die sind ja hinten eigentlich ganz groß vertreten. Ja, also andere haben sich irgendwie einen Kleidermarkt gewünscht, damit sie nicht mal so weit fahren müssen, Namen nenne ich nicht, weil ich rede ja mit niemanden. Und nein, das ist ja eine Lüge, ich rede ja mit Menschen. So, jetzt gehe ich zu Lidl und hole mir da ein bisschen was für heute zum Essen. Vielleicht hole ich mir auch noch eine Cola, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein Jeeper auf Cola. Und dann schauen wir mal. Hier haben sie jetzt die Elektro-Tankstäbe gebaut. Ich bin schon windig. Ich mach jetzt alles mal aus.